Endlich ist Prinzessin Madeleines Familie in Schweden wieder vereint. Nachdem die Tochter von König Carl Gustav schon gemeinsam mit ihren Kindern Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne am 14. Juni in Schweden ankam, durfte Sohn Prinz Nikolas wegen einer Erkrankung erst einige Tage später mit seinem Vater Chris O'Neill anreisen. Madeleine und Chris haben jedoch sichergestellt, dass der kleine Prinz auch voll auf seine Kosten kommt. Am 21. Juni besuchten sie zu dritt das Herzogtum Orngamanland, dem Nikolas symbolisch als Herzog vorsteht. Bei der Einweihung eines Entdeckerparks hatte er sichtlich Spaß und auch seine Eltern schienen den Ausflug zu genießen. Da wurde auch schon mal ganz unroyal der Lift genutzt und eine Rutsche heruntergesaust. Madeleine und Chris waren sogar so gut gelaunt, dass sie sich zu einem seltenen Interview hinreißen ließen. Gegenüber Expressen erklärte die Prinzessin über ihre Rückkehr nach Schweden. Es ist großartig, wir sind so glücklich. Wir freuen uns auf einen langen Sommer in Schweden. Es ist der beste, den es gibt. Wir alle haben uns danach gesehnt, nach Schweden zurückzukehren, also sind wir sehr glücklich, dort zu sein. Scheint, als hätte die Familie die frühere Heimat wirklich vermisst.